Ich wollte gerade mein Video fertig schneiden, das ich heute hochladen möchte. Und jetzt war ich gestern Abend an einem Anlass. Das ist eine Tradition bei uns im Aargau. Für alle, die es nicht interessiert, dann müsst ihr euch das nicht anschauen. Es ist ja nicht ein Gartenvideo, aber es ist eine wunderschöne Tradition, die wir hier haben. Das nennt sich Bachfischert. Und zwar geht es darum, dass es einen Bach gibt, der fließt durch einen Ort, der heisst Zur, dann fließt er nach Aarau und dann weiter. Und das Lied, das da gesungen wird, das heisst Fürio der Bach brennt, also der Bach brennt. Und es ist so halt für Kinder eine Tradition. Dann machen die Kinder in den Schulen farbige Lampions und dann wird dieser Bach einmal im Jahr gereinigt. Und dafür wird er gestaut und dann am Abend wird er wieder angelassen und fängt an zu fliessen. Und zu dieser Zeit beginnt dann eben dieser Umzug mit diesem Lied. Fürio der Bach brennt und es ist einfach schön. Und man geht halt da hin und ich habe da Videos gemacht, habe das zusammengeschnitten. Und für all diejenigen, welche es interessiert, jetzt kommt dieser Zusammenschnitt. Und für all die anderen, ihr müsst euch nicht schauen, es ist halt hier eine lokale Tradition. So, dann wünsche ich euch viel Spass und ich werde wie gesagt heute noch ein Video hochladen von den Garten-Dingen. Und ja, bis später. Tschüss, eure Emma. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020